Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Part Resident Evil. Ja, ich habe mir die Karte jetzt nochmal angeguckt seit dem letzten Part, also ich nehme ihn direkt im Anschluss auf. Und ja, keine Ahnung, ich bin noch so ein bisschen schwierig. Also wir haben ja noch ein paar Räume, die wir noch nicht komplett fertig haben anscheinend. Und da würde ich jetzt doch irgendwie gerne nochmal gucken. Also ich zeige euch gleich, welche ich meine. Genau, also wir haben ja hier einmal das Arbeitszimmer. Das ist ja dieser Raum, wo wir nur mit der einen Tür raus können. Und da würde ich halt gerne nochmal gucken gehen, weil ich nicht weiß, warum der noch rot ist. Das ist was, was mich tierisch nervt und den würde ich mir jetzt halt gerne angucken. Das war so mein Gedankengang, weil ich mich halt frage gerade, was ich da habe liegen lassen. Ich meine, wir haben da damals irgendwie das Feuerzeug mitgenommen. Aber vielleicht liegt da ja noch irgendwas, was wir einfach übersehen haben. Ich weiß, ich glaube ein Buch gab es da auch. Und dementsprechend bis zum Ende. So. Und dann die Tür war das, glaube ich. Ich hoffe, das war die richtige jetzt. Vielleicht war es auch die falsche. Vielleicht war ich auch eine zu früh. Kann auch sein. Ja, ich war eine zu früh. Na, danke. Oh, es war die hinten in der Ecke. Na gut, egal. Genau. Und da würde ich jetzt halt gerne einmal gucken gehen wollen, ob wir da noch was finden und was es das halt ist, was wir da anscheinend übersehen haben. Genau. Und dann, keine Ahnung, kann ich da irgendwie was mit? Genau, hier hatten wir nur den altmodischen Grammophon-Schallblatt des Jupiter. Eine Hundepfeife. Ein zerknülltes Memo. Heute wies mich Sir Spencer an, etwas so zu verstecken, dass niemand es hier finden würde. Nun, ich hatte da eine Idee. Ich dachte mir, wenn ich es durch ein gefährliches Tier schütze, wie etwa ein bisschen Hund, der hier wohnt, kann niemand herankommen. Soweit ich weiß, lauert der Hund immer auf dem Balkon im ersten Obergeschoss an der Westseite der Terrasse. Oh, und er hört auf die Hundepfeife. Und jetzt kommen sie ins Spiel. Sind der Einzige, der in diesem verfluchten Hund herankommen kann, ohne zerfleischt zu werden. Nur sie können ihm das Halsband anlegen. Das Objekt, das Sir Spencer versteckt haben will, ist darin verborgen. Ich kann dieser Aufgabe nur ihnen anvertrauen. Natürlich sollen sie einen gerechten Lohn dafür halten. Es gibt ein Objekt, das sie schon immer haben wollten, nicht wahr? Im Gegenzug für ihre Hilfe könnte ich es für sie beschaffen. Das wäre für uns beide von Vorteil. John Tollman. Oh, Moment. Ah, jetzt haben wir es auch vollständig. Ist es der Balkon unten links und dann an der Westseite? Das könnte ja interessant werden. Die Frage ist nur gerade, nehme ich das mit den Hunden mit der Pistole auf oder hole ich mir dafür das Gewehr oder die Flinte oder was auch immer? Interessant, interessant. So, jetzt haben wir hier aber, glaube ich, hoffentlich nichts mehr übersehen. Weil wir haben ja die Schrotflinte, glaube ich, ne? Ist vielleicht ein bisschen cooler mit den Hunden? Ich weiß ja nicht. Äh, Moment. Genau, jetzt hier links das Treppenhaus runter. Also ich würde das... Krass, ey. Ey, da... Ich hätte... Wehe, das... Äh... War jetzt... Ist jetzt was mega, mega krass Wichtiges. Das Objekt, was wir wahrscheinlich schon immer wollten. Dann muss ich leider ausrasten, dass ich das vorher nicht gesehen habe. Achso, wir können hier nochmal auffüllen. Ja, ja, danke. Gibt es hier sonst noch irgendwas? Oh, es liegt eine Laterne. Durch das warme Licht entspannen sie sich. Oh, schön. Wie geht's uns? Wir sind gesund, okay. Ähm... Gewehr. Defektes Gewehr. Ne, mehr haben wir, glaube ich. Haben wir nicht... Haben wir nicht eine Schrotflinte? Kann ich das... Achso, ne, kann ich nicht. Gemischte Kreuzer, Kampfmesser, Gewehr, Gewehr, Munition, Pistolenmagazin. Schade, ich dachte, wir haben eine Schrotflinte. Aber vielleicht... Nein, dann war das das Gewehr, was ich dachte. Aber vielleicht ist das Gewehr gar nicht dumm. Kommt da noch was? Nö, ne? Dann, äh... Ich überlege gerade, ob wir den Schlüssel zurückpacken. Dann Gewehr, Munition auf jeden Fall mitnehmen. Die Frage ist jetzt halt einfach nur, dann können wir ja keine Objekte mehr aufnehmen. Dann lasse ich noch was hier. Ah ja, ich weiß, was wir machen. Ich speichere jetzt einmal, bevor wir gleich drauf gehen. Und dann lege ich die Farbbänder nämlich in die Kiste. Und dann probieren wir mal unser Glück. Krass, ey. Wenn das jetzt daran gelinge, dass ich da einfach nicht an diesen blöden Tisch mit dieser Lampe gegangen bin, ne? Um mir das anzugucken. Dann... Ohne Scheiß, ne? Dann bin ich echt ein bisschen piesig. Und ich hatte mir halt noch so überlegt, hm, wieso blinkt das? Oder wieso ist der Raum denn immer noch rot? Und das kann ja nicht sein. Und... Ja, kann wohl doch sein. Herzlichen Dank auch. Ähm... So, wie mache ich das denn so, ne? Ausrüsten. Okay. Okay. Gut. So, jetzt müssen wir in den ersten Stock wieder. Äh, wie kommen wir denn da jetzt am besten hin? Ach ja, genau. Das ist die Tür mit... Achtung, wenn Sie diese Tür gehen, dann geht's kaputt. Ja, ich muss ja eh die Treppe rauf. Dann gehen wir jetzt wieder die Treppe rauf. Oh, dann hier lang. Äh, da lang. Oh Gott, dieses Gewitter, ne? Ich habe ein bisschen Schiss vor den Hunden, weil ich die Hunde auch einfach irgendwie kacke finde. So, bis zum Ende. So. Und dann durch die Tür. Und dann müssen wir jetzt ja oben auf der Galerie sein. Da war doch auch noch... Ich bin mir auch der Meinung, war das hier? Nee, das war in dem anderen, ne? Da bei dem Esszimmer. Ich bin der Meinung, da war nämlich auch noch... Wartet mal. Da war doch... Ich bin der Meinung, da war eine Statue mit einem Diamanten. Also, da kann ich mich halt... Also, da kann ich mich halt... Also, ich ziehe mir beim Schneiden auf. Hier, genau. Aber da komme ich ja so nicht ran. Aber kann ich die vielleicht schieben? Oh ja, kann ich tatsächlich. Ich finde, die Objekte sehen ja immer so unscheinbar aus. Ich habe nämlich gerade überlegt, ob ich die einfach hier runterschmeiße. Kann ich noch ein Stück schieben? Geht das so schon? Geht... Keine Ahnung, ob das funktioniert. Ne, doch. Ja. Ja, gut. Okay, cool. Dann haben wir das schon mal. Keine Ahnung, was uns das jetzt gebracht hat. Das werden wir nachher überprüfen. Aber jetzt werde ich mich erst mal auf diesen Balkon machen. Ich hatte das nämlich... Mir ist das nämlich beim Schneiden aufgefallen, dass da ein Loch in der Umrandung war. Und da diese Statue mit diesem Edelstein und ich das halt versucht habe, aber da nicht mit Anklicken nicht rangekommen bin. Und deswegen hatte ich mir dann nämlich überlegt, es fiel mir nämlich gerade eben ein, dass man das ja machen könnte. So, jetzt müssen wir auf die Westseite. So, warte mal. Die Westseite. Also noch ein Stück weiter. Hier. Ja, genau. Das war ja auch das Fenster. So, und jetzt die Hundepfeife. Weiter. Oh, von hinten. Oh, von hinten auch noch. Au. Oh, oh, bei denen leuchtet tatsächlich auch was an. Oh, shit, ey. Was ist denn mit euch nicht richtig? Achso, so kann man also die Hunde... Nee, da. Ach, wieso... Hä? Wieso... Wieso verteidigst du dich denn nicht? Nach unten schießen. So, au! Da hat was verloren. Was ist das? Ein Halsband. Ja. Auch uns geht es ein bisschen scheiße, ne? Hä? Prüfen. Das muss ich mir erst mal angucken. Halsband, da ist ein Schalter, bitte. Wo? Was bist du? Eine Münze war im Halsband verborgen. Keine besonderen Merkmale. Keine besonderen Merkmale. Alter! Ist das der Rüstungsschlüssel? Schlüssel Imitation? Oh, kann ich den vielleicht benutzen, um... Ach, das ist der... Ah, okay, ich verstehe. Weiß ich auch, wofür wir die Batterie brauchten für den Taser. So, kann ich mich jetzt hier... Könnte ich die jetzt benutzen? Hier wachsen grüne Kräuter. Sie reichen nur für weniger Anwendung. Verwenden? Ja, bitte. Sie haben ihre Wunden versorgt. Oh, nice. Ja, geil. Ach so, Moment. Erstmal nachladen. Die ist schon gut, aber ich hab halt davon so wenig Munition. Ich überleg halt, ob ich die die ganze Zeit jetzt mit mir rumschleppen soll. So, jetzt... Schlüssel Imitation. Und das heißt, es müsste doch funktionieren, dass ich damit, wenn ich in diesen... Da hinten reingehe... Dass wir das, ähm... Also da in diesen Gang, dass ich damit vielleicht das aufhalten kann. Oh, das wäre so nice. Und jetzt haben wir das hier draußen auch fertig. Geil. Das wäre so nice. Und testen wir das mal. Diese Hundepfeife brauchen sie wahrscheinlich mehr ablegen. Ja, bitte. Danke. Sehr cool. Sehr, sehr cool, ey. Das wäre natürlich geil, wenn wir mit dieser Schlüssel Imitation jetzt, ähm, das hinbekommen. Und, Entschuldigung, dass ich knister, aber ich hab gerade ein bisschen schockier. Ähm, dass wir da einen Schlüssel bekommen. So. Jetzt gehen wir aber erstmal die Treppe nach unten, würde ich sagen. Dann unten nämlich ins Esszimmer gucken, wegen dem, ähm, wegen dem, wegen der Statue, die ich darunter geschmissen habe. Keine Ahnung, was mir das bringt, aber... Hm. Mhm. Dann haben wir doch hier irgendwo. Oh ja, da liegt sie. Na ja, den blauen Edelstein nehmen wir mal mit. Den untersuche ich jetzt auch mal. Wunderbar geschnitten und auf Hochglanz poliert. Okay, wunderbar geschnitten und auf Hochglanz poliert. Wunderbar geschnitten und auf Hochglanz poliert. Okay, da kommt nichts anderes. Den würde ich dann aber auch Richtung Box bringen. Ähm. Genau. Also ich würde jetzt einmal in den Raum wieder wollen. Äh, da hinten. Genau, Schreibmaschine, Inventarbox. Das bringen wir weg. Ah, muss ich ja wieder oben durch, ne? Ah, was für ein Umweg. Um dann da hinten rein zu gehen. Oder wir gehen erst da hinten rein, probieren das. Weil dann ist ja die Schlüsselimitation abgegeben und den normalen Schlüssel haben wir. Und dann kann ich auch immer noch speichern gehen. Weil das war jetzt ja nicht so mega kompliziert. Behaupte ich jetzt einfach mal. Ich bin fast weit drauf gegangen, aber... Hey, Leute. Wir können es ja nicht übertreiben, ne? Mhm. Hm. So. Aber kann ich ja gar nicht. Aber kein Platz, um den Schlüssel zu... Ach, scheiße. Ich muss doch wegbringen. Ich brauche ja einen freien Platz, damit ich den Schlüssel aufnehmen kann. Mhm. Gott sei Dank fiel mir das jetzt vorher ein. Gott sei Dank ist mir das jetzt gerade vorher eingefallen. Mhm. Genau. Bis zum Ende. Also dies um die Ecken ist immer noch nicht so ganz meins. Aber wir kriegen das hin. Bin mir ziemlich sicher. So. Und jetzt gehen wir mal hier rein. Genau. Dann bringen wir jetzt den Edelstein weg. Und ich würde halt wahrscheinlich auch die Schrotflinte wegbringen wollen. Aber ich weiß halt nicht, was ich mit zweimal... Ähm... Mit zweimal Munition soll. Also... Stopp. Den, äh... Den nehmen wir mit. Und... Und ich würde halt wahrscheinlich auch... Ja, ich habe halt sonst echt nicht so viel Platz, ne? Das ist halt irgendwie dumm. So. So würde ich das jetzt mal lassen. Warte mal, haben wir hier noch... Äh... Genau. Ich habe ja hier noch Pistolenmagazin. So. Ich nehme mal die Farbbänder mit. Dann kann ich... Einmal speichern. Dann speichern wir jetzt doch vor dem Schlüssel. Und da müssen jetzt einmal leider wieder so einen blöden Weg außen rum laufen. Dann müssen wir jetzt einmal gleich den doofen Weg außen rum laufen. Aber ist dann halt so. So. Überlege gerade, ob das sinnvoll ist, hier irgendwie mal einmal Heilung mitzunehmen. Ich nehme es einfach einmal mit. Und im Zweifel haben wir es jetzt halt einmal zu viel mit oder so. Und wir könnten mal wieder Dolche finden. Weil jetzt habe ich nur den Taser und ich habe da nur eine Batterie für. Für den Nahkampf. So, jetzt gehen wir aber gleich hier oben lang. Ah, da ist hier oben... War hier nicht noch was, ne? Ne, da hinten kamen wir nicht weiter. Das hatten wir aber zu Ende durchsucht. Okay. Da muss man mal hier gucken, ne? Das ist alles nicht so einfach. Ach, ich freue mich jetzt so auf diesen Schlüssel, ne? Dass wir dann zumindest mal durch ein paar Räume kommen. So, bis zum bitteren Ende. Dann sind wir gleich im Treppenhaus. Also das ist halt einfach nur so ein bisschen nervig. Ich habe halt aber Angst, wie gesagt, wenn ich die eine Tür benutze, dass sie dann komplett unbrauchbar ist. Und so kann ich wenigstens noch in eine Richtung durch. Wie gesagt, ich habe halt Angst, dass wenn ich sie benutze, dass sie dann Schrott ist. Oh, da lang. So, hier rein. Oh, das wäre so geil. Schlüsselimitation, ne? Das wäre so mega. Und ich würde mich so ärgern, weil das hätten wir schon viel, viel früher haben können. Das hätten wir einfach viel, viel früher haben können, wenn ich mich in diesem vergackten Arbeitszimmer ordentlich umgeguckt hätte, ne? Oh, wie es mich ärgert. Hm. Hm. Äh, genau. Gerade durch und dann rechts rein. Die Tür. Na komm. So ärgerlich. Wirklich so brutal ärgerlich. Aber so ist es halt manchmal einfach, ne? Steckt man nicht drin. So. Nee, das ist es hier gar nicht. Oh, ich bin falsch gelaufen. Äh. 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 Das war im zweiten Obergeschoss, ne? Hm, ich bin ja auch ein Held. Och, bin ich ein Held. Aber ist nicht so schlimm. Oh, au, au, au. 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 Alter, lass mich los. Alter, lass mich doch los. Brennt dir der Helm, oder was? Wieso schießt du denn in die Richtung? Sollst du in die schießen? Ah, ich meine, habe ich ihn jetzt erwischt. So, wir nehmen mal den Dünger mit. Äh, die Chemikalie. Gegen Hunde, ey. Diese Hunde machen mich wahnsinnig, ne? Hunde machen mich echt wahnsinnig. Naja, gut. Nur jetzt halt falsch gelaufen. Dann bringen wir das jetzt einmal zurück. Obwohl, ist eigentlich, glaube ich, gerade dumm, oder? Ich könnte ja auch... Wartet mal. Da hinten ist ja die andere Inventarbox. Wenn ich dann rumgehe, nach oben... Dann kann ich ja da hinten lang. Dann komme ich ja auch nach oben. Ja, machen wir so. Das ist total dumm. Ich kann ja auch hier weiterlaufen. Also, das ist ja völlig... Völlig Hupe. Also, ja doch. Wir bringen die da hinten hin. Alles gut. Ich war gerade kurz verwirrt. Ich habe auch gerade... Mein Kopf hat auch gerade komische Dinge gedacht, getan. Das war einfach irre. Einfach nicht drüber nachzudenken. So. Genau. Dann gehen wir da jetzt rein. Da. So. Dann bringen wir das jetzt weg. Den Dünger. Wie sieht denn meine Gesundheit an sich aus? Warnung. Ja, wir nehmen es mal. Ich weiß halt nicht... Warnung kritisch, da kommt ja, glaube ich, dann nicht mehr so viel, ne? Habe halt keinen Bock zu sterben. Ich gebe es ja zu. So. Dann gehen wir jetzt nach oben. Und dann hier hinten lang. Und dann müssen wir eigentlich nur einmal durch das... Durch die, äh... Genau, hier zurück. Durch die Galerie im Esszimmer. Und dann können wir da hinten ja hochgehen. Genau. So. Hoch. Hoch. Immer wenn man die Kameraperspektive umschaltet, ist es ein bisschen tricky. Okay. So. Ich will diesen Schlüssel. Und ich will wissen, was uns die Räume bringen, wo wir mit dem Schlüssel reinkommen, ne? So. Dann gehen wir jetzt in die Esszimmergalerie. Da lang. Geil. Oh, Leute. Das ist so gut. Ey. Mich ärgert das nur, dass wir dafür so lange gebraucht haben. Das stresst mich. So. Genau. Jetzt hinten ist eigentlich egal, welche Tür wir nehmen. Kann eigentlich gleich die erste nehmen. Macht keinen Unterschied. Krass. Krass, krass, krass. Genau. Und jetzt da hinten. Genau. Jetzt sind wir hier. Perfekt. Jetzt hier. Und dann war das doch die Tür, ne? Ne, die andere. Okay, die war das. Musste gerade kurz selber überlegen. Aber es ist komisch, wenn man aus einer anderen Richtung kommt. Dann ist das sehr verwirrend. Genau. Hier war das jetzt. Ich bin gespannt, ob das jetzt klappt, ne? Ich bin gespannt, ob das jetzt klappt. Es wäre sehr genial, wenn das klappen würde. Richtig genial. Möge, wer dieses Symbolen Frieden im Tod finden. Mhm. So. Und jetzt? Nimm doch. Hallo. Oh, das ist jetzt der Punkt, an dem wir das, die Imitation verwenden. Ach, geil, ey. Mega. Mega, mega, mega. Hausschlüssel. Keine besonderen Merkmale. Rüstung ist da drin eingraviert. Ein Rüstungsschlüssel. Sehr schön. So. Können wir jetzt da hinten durch die Tür gehen? Oh, jetzt werden mir die Türen angezeigt, mit denen ich... Die Türen kann ich damit jetzt alle öffnen. Das ist ja nice. Das heißt, wir gehen jetzt einmal runter ins Erdgeschoss. Scheinen ja alles Erdgeschoss-Türen zu sein. Ja, cool. Cool. Na, dann mal, man tau ins Erdgeschoss, ne? Äh, Jill, wieso läufst du so komisch die Treppe runter? Warum klebst du so an der Wand? Okay. So. Ähm. Ja, eigentlich kann ich ja die direkt nehmen. Dann müsste ich ja... Ja, genau. Jetzt sind wir jetzt hier unten bei den ekelhaften Raben. Bleh. Ah. Diese Steuerung. Diese Kamerapörung. Ist anders wild. So. Jetzt bin ich gespannt, Leute. Gott sei Dank haben wir noch ein paar Minuten. Ich würde sonst, glaube ich, auch leider durchdrehen. So. Jetzt sind wir hier. Da kommen wir ja noch nicht weiter. So. Oh, verdammt. Wir müssen da hinten... Also müssen wir doch nochmal hoch. Wir müssen die Treppe da hinten runternehmen. Oh. Na toll. Ich habe mich vertan. Ich bin nicht verlaufen. So ein Cheat. Na gut. Egal. Egal. Gibt Schlimmeres, ne? Gibt Schlimmeres. Dann gehen wir da jetzt lang. So. Jetzt ist das... Die Tür können wir gehen. Genau. Nimm die Tür. Open the door, please. So. Genau. Da kommen wir noch nicht weiter. Dann gehen wir jetzt nicht die Treppe. Ich sehe dich. So kann ich den... Oh. Na, warten wir jetzt mal hier auf ihn. Na, komm her. Ja. 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 Der blutet aber noch nicht. Der steht eh nochmal auf. Hm. Den kann ich doch 100 pro noch nicht anzünden. Doch, gar nicht. Krass. Ja gut. Ja, ist ja easy. Das ist ja dann easy. Dann soll er mal kokeln. Ach, der denn jetzt auf einmal herkam, ey. So. Dann gehen wir jetzt hier rein. Ähm. Äh. 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 Was soll ich denn jetzt? Ein Farbband. Genau. Hier gibt es verschiedene Arten von... Viele haben ein sonnebar Farbe. Ja, genau. So cool. Äh. Das Regal ist voller Pille und Elixiere, die Sie noch nie gesehen haben. Viele haben Farben. Haben die Farbe gewechselt. Ein zerblutes Bett. Eine alte Schreibmaschine. Sie können hier ein Porträt speichern. Das Farbband verwenden. Beziehungsweise die Überlegung ist, macht es vielleicht Sinn, Moment, äh, das Farbband, äh, nachher erst zu wechseln? Wenn ich den Part beende? Wahrscheinlich, ne? Ja. Wie komme ich denn da ran? Sag mal. Aber wie soll ich denn da in diese Räume kommen? Ach, das sind die gar nicht, ne? Das sind gar nicht die Türen. Oh, ich kriege die Krise. Oh, jetzt bin ich hier wie so ein Voller, der durch die Gegend geht, weil ich dachte, das wären die, aber das sind die ja gar nicht. Die sind hier nur grau, weil ich da noch gar nichts machen kann. Oh, ich breche ins Essen. Okay, wir testen jetzt ja. Ich habe mir das echt nicht gemerkt, welches Schlüssel mit Rüstungssymbol sind. Kann ich hier die Tür aufschließen? Sie haben den Rüstungsschlüssel verwendet. Na, nice. Na, immerhin. Was erwartet uns? Oh, hier ist noch eine Batterie, die nehmen wir mit. Ja. So, where are we? Ich würde sagen, wir gehen erst da lang. Da ist noch ein Dolch, ja. Das machen wir mal die Verteidigungsobjekte. So. Gott, ey. Ich bin gerade voll aufgeregt. Ah. Was ist das hier? Hier ist eine Innschrift. Ein Tiger im Glanz des blauen und gelben Lichts. Aha. Aha. Blaues und gelbes Licht. Muss ich hier vielleicht irgendwo den, ähm, den Diamanten einsetzen vielleicht? Weiß er nicht. Ich habe ja keine Ahnung. Aber das wäre zumindest eine Erklärung für den blauen Diamanten, warum wir den haben. Ähm, ich überlege gerade, ob ich den einmal kurz hole und probiere. Ja, mache ich. Es ist ja gleich um die Ecke. Ich mache den Pfad jetzt ein bisschen länger, weil ich vorhin so viel durch die Gegend geirrt bin. Ähm, und das halt jetzt irgendwie doof wäre, jetzt aufzuhören. Wo wir halt gerade irgendwie mal ein bisschen was geschafft haben. So. Ich hole jetzt mal den blauen Diamanten aus der Kiste. Und dann gucken wir mal, würde ich sagen. Blauer Edelstein. Da. So. Lauf. Sehr gut, Jill. Sehr, sehr, sehr gut. So. Nehmen wir da jetzt gleich einmal gucken. Bin gespannt. Bin gespannt. So. Da-da-da. Also, ob ich den hier irgendwo verwenden kann. Ob ich das jetzt einfach so kann? Brauchen sie jetzt nicht. Blauer Edelstein. Muss ich hier vielleicht ran? Hm. Hä? Ähm. Also, ich bin mir ziemlich sicher, dass der hier irgendwie. Hm. Vielleicht muss ich das in einem anderen Raum machen. Wir behalten ihn erstmal. Also, ich gucke mich jetzt gleich erstmal hier nochmal weiter um. Hier kommt ja noch eine Tür. Die da zum Beispiel. Hä? Ach, nö. Sehr gut. Das gefällt mir. Anzünden ist immer nett. Oh, oh. Weiß nicht, ob ich das möchte. Tagebuch des Wächters. 9. Mai 1998. Pokeramt mit Scott und Elias von der Sicherheit und Steve von der Forschung. Steve räumte ab. Aber ich bin sicher, dass er gemogelt hat. Mist, Kerl. 10. Mai 1998. Einer der Bosse hat mich mit der Pflege eines neuen Wesens beauftragt. Sieht aus wie ein Gorilla. Ohne Pelz gefüttert werden soll es mit lebenden Tieren. Als ich ein Schwein hineinspielte, das Wesen damit riss ihm die Beine ab und die Gedärme aus, ehe es zu fressen begann. 11. Mai 1998. Scott weckt mich um 5 Uhr morgens. Ich kriege einen gewaltigen Schreck. Er trug einen Schutzanzug. Er gab mir auch einen und befahl mir, ihn anzuziehen. Sagt, im Kellerlabor hätte es einen Unfall gegeben. Ich habe immer damit gern, dass sowas passiert. Diese Schweine in der Forschung schlafen nie und machen nie Urlaub. 12. Mai 1998. Seit gestern laufe ich in diesem verfluchten Schutzanzug rum. Ich bin verschwitzt und alles juckt. Die blöden Hunde starren mich an, also bekommen sie heute kein Futter. Geschieht ihnen recht. 13. Mai. Ging zur Krankenabteilung. Mein ganzer Rücken ist geschwollen. Juck, die haben ihn verbunden und mir gesagt, dass ich den Schutzanzug nicht mehr brauche. Ich will einfach nur schlafen. 14. Mai. Noch eine große Blase an meinem Fuß. Ich muss den Fuß auf dem Weg zum Hundezwinger hinter mir herschleifen. Die Hunde waren den ganzen Tag still komisch. Dann merkte ich, dass einige entgegenkommen waren. Vielleicht ist das ihre Rache, weil ich sie drei Tage lang nicht gefüttert habe. Wenn jemand das herausfindet, rollt mein Kopf. 16. Mai. Es geht das Gerücht um, dass gestern Abend ein Forscher auf der Flucht vom Anwesen erschossen wurde. Mein ganzer Körper ist heiß und juckt und ich schwitze ständig. Als ich die Schwellung an meinem Arm kratze, fiel ein Stück verrottetes Fleisch ab. Was zum Henker ist hier los? Uäh! 19. Mai. Fieber weg. Alles juckt Hunger. Esse Hundefutter. 21. Mai. Juckt. Juckt, juckt. Scott kam hässlich. Hab ihn gefressen. Lecker. Vierter. Juckt lecker. Okay, ja. Ich verstehe. Ah, es war mir so klar. Ach, komm, hör auf. Wieso schie... Oh, sie schie... Ich drücke immer mal die falsche Taste zum Schießen. Das ist mein Problem. Wir nehmen die Batterie mit. Ja. Kann ich ihn jetzt anzünden? Nein, kann ich nicht. Ach, schön. Gut. Sonst war es das. Sonst gibt es hier nichts Gutes. Dafür bin ich jetzt hier reingegangen. Für nichts und wieder nichts. Die Tür wird von etwas blockiert und lässt sich nicht öffnen. Okay. Das Regal ist voll von hochprozentigem Alkohol. Na gut. Tschüss. Tschüss. Grandios, echt. Also stopp. Ich wollte da gucken. Yes. So, dann gehen wir jetzt da hinten lang und gucken mal. Also mir irritiert halt das mit dem... Mit dem blauen Licht. Aber es muss doch irgendwie mit der... Mit den Diamanten zusammenhängen, oder nicht? Was ist das denn hier? Äh, Entschuldigung. Der Deckel dieser Wasserpumpe ist offen. Wasserpumpen. Nein. Kann ich da den Hahn irgendwie abdrehen? Oh, ii. Ne, hier möchte ich nicht lang. Ja, gucken, was passiert. Welche Farbe möchten Sie schalterstellen? Hä? Keiner. Vielleicht blau, äh, rot. Wir probieren das mal. Möchten Sie den Schalter stellen auf rot, bitte? Bringt mir jetzt auch nicht so viel, ne? Also ich glaube, es ist nicht so schlau, wenn ich zu dieser Pflanze renne, oder? Ja, die haut mich. Okay, wir lassen das. Pumpen einstellen, ja. Was ist, wenn ich das auf Grün stelle? Der Deckel ist auf dem Wasserpumpen, ja. Auf welche Farbe möchten Sie den Schalter stellen? Auf Grün. Ach, damit kann ich das. Okay, ja, dann, äh, das Wasser wird bereits gepumpt. Pumpen einstellen, ja. Okay, ihr Lieben. Gut. Ähm. Dann werden wir uns jetzt, äh, im nächsten Part, also übermorgen, ein bisschen weiter damit auseinandersetzen, wo wir hier was wie jetzt ganz Tolles machen, ähm, wo wir den Schlüssel haben, was wir da uns alles so Wunderbares angucken können. Und, äh, ich gehe jetzt einmal schnell zurück zum, äh, zum Speicherraum, werde dort jetzt eben einmal schnell speichern und dann, ähm, testen wir im nächsten Part mal die anderen, äh, Türen, ob, wo uns der Schlüssel noch fehlte, ob wir da jetzt quasi auch reinkommen, beziehungsweise sind ja noch ein paar mehr Türen gewesen, die wir mit diesem Schlüssel öffnen konnten. Und dann, ihr Lieben, hoffe ich, es hat euch gefallen und, äh, wir sehen uns, äh, im nächsten Part. Bis dahin. Tschüss.